Äh, wisst ihr eigentlich, wer Weihnachten erfunden hat? Coca-Cola. Nein. Ich bin mir unsicher, sagen wir mal so. Coca-Cola. Warum Coca-Cola? Wahrscheinlich die Türken willst du uns jetzt sagen. Nein, natürlich nicht die Türken. Die Griechen Malaga! Adere Malaga! Adere Malaga! Adere Malaga! Adere Malaga! Adere Yashure Malaga! Kalifratisch! Adere Malaga! Adere Yashure! Kalifratisch! 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 Danke euch, Rikas! Ihr seid großartig. Rikas heißt auf Griechisch nix. Aber es ist schön. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Jorgos. Herzlich willkommen zu meinem Show. Ena Diotria! Wikipedia! Dankeschön. Vielen Dank. Viele Leute kommen zu mir und sagen, Jorgo, Malaga, wer hat Weihnachten erfunden? Dann sag ich Malaga. Natürlich haben wir Griechen erfunden, Malaga. Der erste Weihnachtsbaum war in Griechenland. Bei uns war das ein Olivenbaum, Malaga. Die Kugeln waren schon dran. Aber die Weihnachtskugeln sind schon vor Weihnachten runtergefallen, Malaga. Das waren Oliven. Wir haben die gegessen, Malaga. Oliven liegen auf Boden. Malaga, wir essen, essen. Malaga, ich geh auf Klo. Dann hatten wir erst einmal Olivenöl. Kalt gepresst, Malaga. Ich sag dir ganz ehrlich. War richtig. Aber das ist wirklich so. Die Leute sagen, was macht ihr Weihnachten? Dann hab ich gesagt, Malaga, Weihnachten haben wir Griechen erfunden, schon 3000 Jahre vor Christus. Bei uns, wir haben gefeiert mit Olivenöl Malaga. Wir haben uns eingerieben an Weihnachten. Malaga, komm mal er, Dimi, Dimi macht. Ich so, Dimi, hör auf Malaga. Der so, Hadere. Ich so, Dimi, hör auf Malaga. Und Dimi hat gesagt, Malaga, Jorgo, ich steh hinter dir. Ich so, ich hab gemerkt, aber geh woanders hin, du Arschlo. Nächste Woche sind wir uns wieder bei Enadio Tria Wikipedia. Da reden wir, wer hat Osten erfunden? Wo die Eier herkommen, ist ein anderes Thema. Ja, die Griechen waren es. Der Jorgo ist cool. Einer meiner besten Freunde, Pari, behauptet das schon die ganze Zeit, dass die alles erfunden haben. Und das stimmt, glaube ich. Haben die auch. Ehrlich jetzt. Die Griechen haben alles erfunden.